ich glaube die sind weg Jungs oder die heißen irgendwo klaus komm mit komm mit wir können rechts abschaden seid ihr da? ja ich muss healen oh der eine der war so low alter ich fass es nicht ja die sind hier links von uns ja im high ground im high ground auf die wenn wir jetzt hier von rechts kommen sollen wir die weg knallen noch siehst du die? ja komm mal her bitte äh chris die munition für dich bitte ich hab noch 23 schuss in reserve und gtime für dich auch noch munition hier für die shotgun können wir hier lang weil früher oder später Jungs hinter uns was kommen ja das mach die mal bitte weg ich darf hier rechts hoch oh ich kann die halt nicht weg machen ich hab zu wenig munition dafür ich hab insgesamt jetzt noch 25 schuss ich muss mich heilen die sind halt jetzt genau links von uns ja die haben sich halt entschieden abzuhauen ja das war auch ein schwerer push für die laufen oben an einem rock ganz oben auf Norden inside noch in diesem Gebäude da wer hat hier schießen? ey wenn wir hier rechts rum kommen dann laufen die in unsere Arme ne? ja mach mal langsam da hinten da hinten ich sehe die auf 15 da die laufen weiter die sind hier weiter geradeaus 15 auf dem Weg also wir laufen jetzt hinter denen her ja die sind rechts von mir glaube ich ja ja die sind da auf dem Weg sind die in der Kurve also ja genau aber die waren jetzt weiter vorne noch und dann sind die rechts rein ja die müssen hier vorne mit glaube ich dann laufen oder? ja die können auch links ja ich glaube nicht dass sie hier hier sind die glaube ich nicht rein ist hier ein Extraction Point? ne die Vögel sind schon mal nicht getriggert von denen also sind die hier nicht lang aber die können da oben sein muss jetzt vorsichtig sein dann haben die High Ground ne? ganz kurz eben ob ich Munition finde boah schon wieder für dich Kevin ja 100 Schuss kann sein dass die jetzt halt so vom 255 kommen hier weißt du was wir auch machen können? ich kann dir die Fledget geben du gibst mir die Shotgun dann habe ich wenigstens was für Close Combat weißt du? ja ich tappte eben schnell die Fledget genau perfekt nur für den Moment ja ja über die Brücke ja Schüsse gehört waren die von dir? ne ne links ne? da wo wir hinlaufen ne? ja da hintert jo ja hier ist aber ein Fight zwischen zwei Parteien ne ich glaub links haben wir nicht lang mach mal langsam mach mal langsam ja ich warte jetzt erstmal auf Chris er ist ja links schon da ich bin da ich bin da die kämpfen gegen den Dings die kämpfen gegen die Mops vor uns genau vor uns ja zwei gehen hinter die Steine das ist das Team ja lass sie gönnen das ist die Waffe Trist du gehst links ich lauf links ja wir gehen rechts lang oben am Stein der hat die KBR Longshot ich seh die hat nen Hit hat auch wieder einen am Stein tot einer einer tot einer tot einer ist noch oben in dem Gebäude drin in dem Gebäude? ja einer ist hier noch vorne hinter dem Felsen je nachdem der ist tot der ist tot der ist an dem Container unten im Durchgang ist down ist tot boah Junge die drei Salven holy shit da muss noch einer im Gebäude sein 100% oder war das? oh der hat Munition für die Fletch komm her Zander ja nice 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 ich hab die Hammer gehabt hier da liegt die Hammer und euch neben oh nice man danke hast du meine Muni? äh warte glaub ich hier liegt da hier liegt der Hammer hast du den genommen? ja warte Chris du bist nimm die Munition jetzt ich mach nix ich mach gar nix ich gucke nur dass ihr euch nicht töten werden dann looten ok sind wir stabilisiert wieder? alles cool ja ja ist da close oder? oder bist du das? ne das bist du boah mein Gott ich hab deine Umrisse nicht gesehen im letzten Moment hier hieß auch noch ne Leiche bei mir ne? da sinds aber dran haben wir schon gelootet aber ist da noch Stim? ne ne? boah ich hab gedacht der macht grad so ne schrotflinten Action von oben nämlich reinspringenaktion ich hab gar nicht gecheckt Zeddy danke ich hab hier 100% einen Reitelaufensinn also ich eigentlich weiß der Hammer dass dir jemand sagen müsste also ich hab halt die ganze Zeit über nur zwei Leute gesehen und wer will die Warns dazu die auch nur zwei ich bleib vorsichtig also ich hab 33 Spitzen will jemand mich hier abhaben? ja gib mir ruhig danke danke oh mein Gott ich hab keine Munition um die hier zu killen oh hier guck mal Leute nimm mal so zur Info hier ist ein Datenlaufwerk hier können wir Datenlaufwerk abreden wusste ich gar nicht können wir hier machen ok sollen wir jetzt gucken dass wir lieber extracten was hast du noch vor uns vor uns vor uns sind nur Mobs also hier wird ja nicht lange gegangen sein komm doch bitte noch ein Fleisch bitte meine Snipermonie ist auch langsam nicht mehr vorhanden jetzt sagen wir hauen ab ja wir können hier Osiris Guild Reservat abhauen dann munitionieren wir uns auf reparieren unsere Rüstungen und dann gehen wir neu rein tschöch also dafür dass das jetzt gerade so chaotisch war weil ich keine Mun mit hatte und wir sogar von zwei Seiten noch war das eigentlich noch ganz nice oh Schüsse genau da wo wir hinlaufen kann sein dass die da extracten also für einen langen Gunfight bin ich jetzt aber nicht gewappnet ne sag ich dieses ich hab 66 Schuss ja sollen wir vielleicht warten ob die extracten ja auf jeden Fall das denke ich mal die bessere Option oh noch ah warte mal komm her Chris wo bist denn du ich bin oben auf dem Roof äh ja ich komm zu dir ich hab noch was für dich komm her hier hier zwei äh Behälter ich hab noch mal was ja ja der Sturm hört auf das dauert immer ein bisschen wir einfach rufen oder ja ruf einfach schüsse hinter uns ja ja ruf mal Kevin kannst du das rufen ja iss die die hinter uns sind müssten im äh in der Oase sein die sind also oben da wo der Stein ist dieser große das ist sozusagen der Dschungel von dem Gebiet hier war uns denn auch noch bloß auf Westen aber wir sind auf jeden Fall gesandwiched also zwei Seiten hier Kevin kannst kommen noch schnell wird da keiner mehr kommen noch schnell wird da keiner mehr kommen noch eine Smoke die werfe ich da mal rein eben zuerst junge 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 eine runde Zander macht das nie wieder Ich hab gar nicht Darüber nachgedacht Dass ich ja die andere Munition brauche Alter Ich hab übrigens die Quest Die du jetzt gemacht hast vorhin Ich muss noch sieben kräftige Schreiter töten Und ausgewachsene Rassler Vier Heulende Himmel Teil 5 Und dann muss ich ja noch die wilden Marauder töten Ja der Der heulende Himmel, dann musst du den Den Heuler killen Ne das noch nicht Okay das musst du nämlich später Aber du kriegst noch eine Korolev Quest Die kriegst du jetzt auch bald Dann musst du auch einen Heuler töten Dann können wir die beide gleichzeitig machen Oh Gott ey Das war jetzt richtig schrecklich Ist der Gegner Also hab ich einen Kill gemacht Wenn mein Hitmarker rot aufleuchtet Ja Okay Bei mir steht nur Verursachter Schaden Aber nicht getötet Ich glaub ich hab den getötet Auf den du geschossen hast Ah okay Ich hab den glaub Einen letzten Head gegeben Egal Wir haben die ja gut erwischt ey Boah alter What the fuck Wisst ihr was 4 Äh 4 mal 125 Schuss für die Waffe kostet Hm 15.000 Ja moin Da muss man schon ordentlich was rausholen ey Wenn man das alles drinne haben will wieder ne Das ist wahr ja Das ist wahr Und die Muni zu teuer Ja schon Schon äh Schon ein Brett auf jeden Fall Muss man Muss man so sagen Aber gut Ich hab so viel Heal Okay So ein Brett bei mir Und dann bin ich eigentlich schon wieder ready Ja ich guck mal gerade ganz kurz wegen Aufsetzen draufhauen Okay Ich bin soweit ready Ja Ich verkaufe gerade noch hier Oh ich hab's hier in meinem Gratis-Fu-Ref-Run hab ich so ne ganze Scrapper drin Nice Oh warte mal Was hat denn Oh Kommt ja echt Was noch eine Sachen muss ich noch machen Ähm Visier kaufen für meine Die fletscht Ich bin soweit Untertitelung des ZDF, 2020 So, habt ihr Rüstung repariert? Ja Na, ich gehe nochmal zur Sicherheit gucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gerade repariert habe Man soll mit dem Mentar gucken, tatsächlich Einfach drüber hauern Achso Dann siehst du das Ja, ich habe gerade nicht dran gedacht Ja, ist alles repariert Hast du Munition gekauft? Ja, ich habe Munition Auch die richtige? Ja, ja, ja Unter normalen Umständen hätte ich jetzt gesagt, willst du mich jetzt für doof verkaufen? Aber Es ist eine berechtigte Frage In der letzten Runde hattest du auch Munition gekauft Ey, ich habe in dem Moment, in dem ich gecheckt habe, dass das die falsche Munition war Ich nehme die Waffe von Kevin auf und denke mir Warum steht da keine Munition? Ist das eigentlich normal, dass wenn man die ganze Zeit versichert, dass das Geld so runter schmilzt Und man denkt, man macht keinen Gewinn? Ja, du machst mehr oder weniger auch erstmal keinen Gewinn Im Grunde machst du ja wirklich keinen Gewinn, weil du behältst ja das ganze Zeug Ja, ja, deswegen Aber es ist ja in dem Sinne ein Gewinn Weil wenn ich sterben sollte, habe ich ja immer wieder Equipment noch Ja, ja, erstens das Und zweitens, ähm Die Sachen kannst du ja auch verkaufen, zur Not, ne? Also ich muss hier Rassler Und Schreiter Wir können doch jetzt zum Kürbisfeld und Chita mit seine Karte da einlösen, oder? Ja, wenn die da ist Nee, nee, du hast, welche Karte hast du? Äh, Schlüssel zum Büro des Aufsehers habe ich Und Schlüssel zum Äh, loser Haustürschlüssel habe ich noch Ja, und den anderen Raum hatte ich schon geöffnet Der war anscheinend unten in, äh Ich glaube in Favela Ich weiß gar nicht, ich habe irgendwo vorhin eine Tür aufgeschlossen Ja, das ist loser Haustürschlüssel, das ist für Favela Und der andere ist für, und das meinte ich ja vorhin Ihr müsst auf der Karte mal gucken, es gibt das Lager der Nutron-Farmen oben links Und dann gibt's unten die Verarbeitungslage Äh, Anlage der Nutron-Farmen Und da ist, äh Ach, da habe ich aufgeschlossen, ne? Genau Und, oder was? Du wolltest Kürbisfelder, ne? Kürbisfelder müssen wir hier lang Ähm, hattest du nicht vorhin einen Schlüssel für Kürbisfelder auch? Bitte? Ne Hattest du vorhin einen Schlüssel für Kürbisfelder? Ne Ah ok, dann müssen wir nicht bis Kürbisfelder gehen dann Dann können wir, also von, dann können wir, ähm, also wenn ihr Bock habt, können wir mal Gipfellabore gehen Gipfellabore ist so das beste Gebiet hier, es ist wie Dschungel, halt nur hier Ok Also das ist halt, da ist richtig entgeist, auch jeder Marauder ist da nen Dings Ein Wilder Oh Kürbisfelder Kürbisfelder Von wo? Ist jemand gesprungen von euch? Ich bin grad gesprungen Ja Lass mal den Marauder eben machen, bitte Na mal ein bisschen Ruhe ruhe lang latschen will jemand die knochenrüstung haben ja ich trock die mal ja Was ist das? Wo lang jetzt? Hier oder da? Wo gehen wir denn jetzt? Also gehen wir jetzt zum Gipfellabor. Schüsse rechts? Hab ich gemutet? Ah sorry, ich bin äh... Sorry, ich war gemutet. Ich hab die ganze Zeit irgendwas gefreut. Es ist sinnvoller, wenn wir hier lang gehen. Deswegen war gerade so ein bisschen der Struggle. Ich bin oben. Ich springe. Ich bin unten. Wollen wir alle stehen? Okay. Wir müssen halt eigentlich oben raus, ne? Schießt du Router? Ich schieß ja. Auf den Router? Ne. Auf zwei kleine Schüsse auch bei mir süden. Schüsse? Das ist ne Manticore, ne? Naja. Komm mal mit. Hier rüber. Wo seid ihr? Wir sind oben. Ganz oben? Ja. Guck mal, wir gucken gerade Richtung Osiris Wildreservat und Prospector Station, ne? Wenn du auf der Karte guckst, sind die wahrscheinlich so unter dem Osiris irgendwo in der Region. Müssen aber so oder so hier rüber. Hier kommt jetzt der Marauder. Das ist ein Dschungel Marauder. Ich muss den töten. Achtung, Kevin. Ob der im Verlag aufsteht. Ja, ich weiß. Ich wollte nur, dass Kevin... Ich mach den kleinen Schreiter hier. Ah. Sorry, ich hab den jetzt einfach gegen gemacht, damit der uns jetzt nicht auf den Sack geht. Schreit der nicht? Ah, der ist gerade noch so im Sack. Ich kann nicht, muss den töten. Auf ihn. Ich brauch das, wenn der es droppt, dieses Fleisch von ihm. Dieses lila nur. Zwei-, dreimal braucht man das. Warte, ich geh mal gucken, ob die... Auch im Dschungel den Typen drin. Okay. Und jetzt können wir hier durch looten. Ja, den muss ich dann auch noch töten. Oh Gott, ey. Alter, nicht geil. Das ist ja gar nicht aufsteht, Vorsicht. Schau mal. He... Nein! Nein, was du dir denn? Sorry. Ja, ich brauch die. Oh mein Gott. Chris ist gerade am tollen Okay, alles gut Ich hab grad alles falsch gemacht, ob's man halt alles falsch machen kann Ah, die haben einen EVEX-Chip Oh nice, ich hab richtig geiles Futter hier Auf, jetzt kriegen wir noch Jetzt Looten Hört sich an, als hätten die, die da gerade gekämpft haben, einen EVEX-Chip Ah, oder auch nicht Hier ist lila ne mittlere Munition, braucht die wer? Nee Lila ne mittlere? Nee Und ich hab für Scharfschützengewehr, ultraleichter Präzisionsschaft Hab ich gedroppt Guck mal Oh, das sieht gut aus Ich hab das hier für dich, Kevin, guck mal Danke Nice Hier schließt, ne? Ja, weiß Okay Er ist da gerade gesprungen? Ich bin überrascht Okay, dann können wir hier raus Hier hinten haben wir Also Wie gesagt, das ist der Dschungel von dem Gebiet hier Da ist direkt ein Brecher Direkt vor uns jetzt Hier, ganz kurz eben diese Blütenluten Diese Staubblüten Wenn ihr die sehen Okay, der Brecher ist Sago Ne Wir laufen außen rum, ja Richtung Nordwesten Hier kann man übrigens auch so ein Schiff rufen Hier ist wieder so eine Lithiumquelle, seht ihr? Kann man das dann auch auf der So ein Loch gibt es doch auch bei denen, oder? Ja Auf der ersten Insel Da gibt es auch mehr von den Spots, ja Oh, hier kommt, Alter, hier kommt man nicht mehr lang Oh mein Gott Den brauchst du, Tishan, ne? Ja, Tishan braucht den Ich sehe ihn nicht Ja, danke Wir laufen dann hier rechts lang Oh, hier ist ein blaues Ei Ich nehme das mal mit Genau, Dschungel Marauder brauche ich noch einen Aber ich brauche noch zwei Morauder Fleisch Also von daher können wir gerne ein paar mehr umliegen Ich habe jetzt noch 600 Was für Munition? Auf meine Snap habe ich noch 100 Äh, purple, also blaue, schwere Munition Da habe ich leider gar nichts Und da ist ein Dschungel Marauder Außer Oregon Ne Geht an, ich muss den finischen Ich warte bis er kotzt Warte Alter, das war ja so ein Sofort-Spucker Ich vergesse immer wieder, dass sie das können Oh, da rieb ich ja schon nicht Das war gut Komm, schrei doch Danke Ich würde halt nicht so viel Munition verschwenden an den kleinen Ganoven Naja Okay, können wir hier hoch? Au Brauche ich auch Ja Okay, du brauchst also die Schreiter und die Rassler Ja, ich muss auch wilde Marauder jagen Achso, okay Ja, dann hier Das ist das Labor Hier müsste mal übel aufpassen, hier ist alles voll Warte mal, komm mal mit Komm mal mit Wo seid ihr denn hin? Oh Gott Rechts, 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 rechts Da sind so viele da Hier kannst du einiges töten, Kevin Ja, da sind so viele da Da sind so viele da Da sind so viele da Drei Da sind so viele da